Laura Müller zeigt endlich ihren Babybauch. Vor wenigen Tagen lassen sie und ihr Ehemann Michael Wendler die Bombe platzen. Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für die begehrten Fotos vom Babybauch der 22-Jährigen überlegt sich das Paar etwas Spezielles. Man kann sie gegen Geld auf der Erotik-Plattform Onlyfans bestellen. Nun liegen die ersten Schnappschüsse der Schwangeren vor. Darauf posiert Laura ganz stolz in einem knappen grünen Bikini und bringt ihre Babykugel so perfekt zur Geltung. Außerdem schmeißt sie sich noch in ein hautenges lilafarbenes Kleid. Dem Bauch nach zu urteilen dürfte die Schwangerschaft der Influencerin noch nicht allzu weit fortgeschritten sein. Man darf sich also sicher noch auf mehr Schwanger-Content von Laura und ihrem Michael freuen.